Am 25. und 26. Januar 2020 hatten wir in Frankfurt am Main ein Event und das ist richtig gut gelaufen. Ich werde euch jetzt gleich noch einige Ausschnitte von dort zeigen. Wenn du auch mal bei einem Redefabrik-Event mit dabei sein möchtest, dann warte bis zum Ende und sei gespannt. Jetzt erstmal viel Spaß mit den Ausschnitten vom Event. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.